Hallo Leute, im heutigen Video zeige ich dir, wie man seinen TikTok-Account löscht. Als allererstes klickst du auf deine TikTok-App und machst sie auf. Dann erscheint deine Hauptseite mit deinen Freunden und so weiter. Dann klickst du dein Profil unten rechts und dann auf die drei Striche oben rechts. Danach geht es weiter mit Einstellungen und Datenschutz. Hier gehst du direkt zum ersten auf Konto verwalten. Und dann wirst du weitergeleitet und siehst ganz unten den Reiter Konto deaktivieren oder löschen. Da klicken wir jetzt drauf. Jetzt frag dich, wieso du TikTok verlassen willst und gib dir einige Antwortmöglichkeiten. Wähle eines davon aus und gehst dann auf weiter. Zu guter Letzt fordert TikTok auf, deine ganzen Daten, die du bisher auf deinem TikTok hochgeladen hast, herunterzuladen. Und dann ganz unten musst du dann anklicken und damit bestätigen, dass du es löschen möchtest und gehst dann auf weiter. Das war's. Und wenn du mehr über TikTok wissen möchtest, verlinke ich hier ein weiteres Video. Ich warte im nächsten Video auf dich. Bis gleich.